Hallo Flör-Profi, in diesem Video möchte ich dir einen Notfallplan geben. Ich möchte dir drei zugegebenermaßen radikale Schritte geben, mit deren Hilfe du garantiert die Aufmerksamkeit einer Frau zurückbekommst. Das kann sein, dass du eine Frau datest und aus dem Nichts meldet sie sich nicht mehr. Sie reagiert nicht mehr auf deine SMSen, auf deine Anrufe, auf deine Kontaktaufnahme. Oder es kann sein, dass du eine Ex-Freundin hast. Oder egal in welchem Zusammenhang, einfach jedes Mal, wenn sich jemand, ein Mann, eine Frau nicht mehr bei dir meldet, kannst du diese drei Schritte anwenden. Aber Achtung, diese drei Schritte stellen einen Notfallplan dar. Das bedeutet, diese drei Schritte sollten deine aller, 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 allerletzte Wahl sein. Denn es gilt High Risk, High Reward. Das bedeutet, du riskierst mit diesen drei Schritten viel. Und du kannst entweder belohnt werden oder du kannst es dir endgültig verkacken. Also überlege dreimal, ob du das, was ich dir jetzt vorstelle, vielleicht jetzt in der Situation, in der du gerade bist, anwenden sollst, oder vielleicht doch eine etwas sanftere Methode. Bevor wir voll ins Thema einsteigen, lass einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, wenn es gefällt. Schreib auch gerne einen Kommentar in die Kommentare. Und check die Infobox, dort gibt es einmal die kostenlose Flirt-Ausbildung mit ganz vielen Live-Flirt-Videos, wo ich dir zeige, worauf es wirklich beim Frauenansprechen ankommt. Und zweitens hast du die Möglichkeit, dich auf ein kostenloses Strategiegespräch mit mir und meinem Team zu bewerben, wo wir dir in deiner ganz spezifischen Situation weiterhelfen. Jetzt lass uns aber direkt einsteigen mit der ersten dieser Notfallpläne. Und der erste Notfallplan ist ein 100% offenes Geständnis. Damit meine ich, dass du ihr, einer Frau, deine Gefühle zu 100% ehrlich sagen solltest. Und dazu kommen jetzt, und jetzt Achtung, viele Männer denken, okay, wenn ich ihr meine, oder viele Männer versuchen, wenn sie das machen, cool dazustehen. Aber es geht bei dieser Methode wirklich darum, dich selbst nackt zu machen. Erzähl der Frau alles, sag ihr, dass du leidest, weil sie sich nicht bei dir meldet, dass du vielleicht in sie verliebt bist, dass du den Kontakt mit ihr möchtest und dass das in dir wirklich einen inneren Schmerz hervorruft und dass sich das nicht gut anfühlt. Also sei offen und ehrlich. Was wird dadurch passieren? Erstmal, wenn ein Mensch mit uns auf einer ehrlichen Ebene kommuniziert, dann gibt er uns damit etwas. Denn ganz oft in der Gesellschaft ist es verbreitet, dass viele Menschen einfach nur auf einer sehr oberflächlichen, unehrlichen, meiner Meinung nach unehrlichen Ebene miteinander kommunizieren, weil sie einfach nicht sagen, was wirklich, wirklich Sache ist. Vor allem, welche Gefühle da sind. Wenn du quasi die Tür zu dieser Ebene öffnest durch deine Ehrlichkeit, dann wird sie dir garantiert Ehrlichkeit zurückgeben. Das bedeutet aber auch, dass es sein kann, dass sie dir Ehrlichkeit in eine Form zurückgibt, die du nicht möchtest. Vielleicht sagt sie dir, hey, pass auf, danke für deine Ehrlichkeit, aber bei mir ist es so, XYZ. Es kann aber auch sein, dass sie dir etwas anderes zurückgibt, dass sie dir sagt, okay, guck mal, bei mir ist es so und ich habe mich deswegen nicht gemeldet, weil da ist vielleicht noch diese Person und ich mag dich aber auch. Das kann auch sein. So oder so hast du erst einmal den Kontakt wieder mit ihr und so oder so seid ihr erst einmal auf einer Ebene, die ehrlich ist. Und diese Ebene kannst du nutzen, um von dieser Ebene aus eventuell, es wird manchmal funktionieren, es wird nicht immer funktionieren, aber von dieser ehrlichen Ebene aus wieder eine neue Verbindung herzustellen und zwar auf dieser ehrlichen Ebene. Also wenn du auf dieser ehrlichen Ebene bist, dann bleib auf dieser ehrlichen Ebene, denn nur so besteht die Chance, dass du sie durch diese Ehrlichkeit, durch diese radikale Ehrlichkeit wieder zurückbekommst. Kommen wir nun zum Notfallplan Nummer 2. Und der Notfallplan Nummer 2 ist Angriff, Vollpowerangriff. Was passiert, und das kennst du vielleicht auch von deinen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, was passiert, wenn dich jemand angreift? Mit Worten, mit Taten, du wehrst dich. Wir gehen bei diesem Beispiel natürlich nicht davon aus, dass du die Frau körperlich angreifen solltest, aber du kannst sie mit Worten angreifen. Du kannst ihr zum Beispiel all die Dinge an den Kopf werfen, die dich an ihr aufregen. Du kannst zum Beispiel sagen, mich kotzt es an und wir hatten so eine schöne Zeit, jetzt meldest du dich einfach nicht mehr. Was soll das? Du spinnst doch. Also wirklich auch hier radikal ehrlich, aber vor allem geh auf die Dinge ein, die sie deiner Meinung nach falsch gemacht hat. Jetzt, was wird dadurch passieren? Erstmal bekommst du garantiert eine Reaktion auf diese Methode. Wirklich garantiert. Ich habe diese Methode in meinem Leben bisher nur ein paar Mal anwenden müssen. Und ich habe auch meinen Coaching-Klienten nur ein paar Mal wirklich empfohlen, diese Methode anzuwenden. Aber egal, ob ich sie gemacht habe, egal, ob einer meiner Coaching-Klienten das gemacht hat, es kam immer eine Reaktion zurück. Auch wenn vorher schon der Kontakt komplett abgebrochen war, darauf kommt garantiert eine Reaktion zurück. Die Kunst besteht nur darin, denn du wirst Gegenangriff bekommen, diesen Gegenangriff dann aufzufangen und nicht auf dieser Angriffsebene zu bleiben. Sondern was du machen kannst, ist es, wenn sie mit Angriff kommt, dann kannst du auf die Ehrlichkeitsebene wechseln. Und ihr einfach zum Beispiel sagen, hey, ich musste das einfach machen, weil meine Gefühle sind so stark da und es tut mir leid, ich war vielleicht ein bisschen zu direkt, aber ich wollte damit eigentlich nur meine Gefühle ausdrücken. Also das heißt, du kannst damit den Kontakt wieder, du kannst damit auf die ehrliche Ebene kommen. Und von der ehrlichen Ebene kannst du wieder eventuell eine Beziehung zu ihr aufbauen. Aber diese Methode wirklich mit Bedacht wählen. Bevor ich dir gleich die dritte sehr powervolle Methode vorstelle, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und lass mir gerne einen Kommentar, auch da eine Frage vielleicht, wenn du noch eine spezifische Situation hast, ab damit in die Kommentare. Kommen wir nun zur dritten Methode. Und die dritte Methode ist ein Kontaktabbruch, den du auch kommunizierst. Und es kann sein, dass, also diese Methode ist vielleicht eher geeignet, wenn du merkst, okay, das mit uns beiden geht gerade in eine Richtung, die ich nicht mehr handeln kann. Es, vielleicht werden meine Gefühle zu groß und ich merke einfach, dass von der Seite der Frau nicht wirklich etwas zurückkommt. Vielleicht meldet sie sie auch nur ganz, 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 ganz selten. Und das bedeutet, dass du von deiner Seite aus sagen kannst, hey, pass auf, also dass du ihr quasi sagst, hey, pass auf, ich kann das nicht mehr. Meine Gefühle sind zu stark. Ich habe diese Gründe XYZ und deswegen möchte ich den Kontakt nicht mehr mit dir haben. Ich habe dich wirklich gerne, aber ich kann das nicht, denn es tut mir innerlich weh, den Kontakt mit dir weiter aufrecht zu erhalten. Auch hierbei wirst du mit sinnlicher Sicherheit, ich würde sagen mit 90%iger Sicherheit, eine Reaktion von Seiten der Frau bekommen. Entweder wird sie vielleicht sagen, okay, es tut mir echt leid, weil ich mag die voll gerne und ich will den Kontakt und vielleicht habe ich das nie so kommuniziert. Also sie wird auch höchstwahrscheinlich ehrlich antworten oder sie wird dir antworten, okay, ich akzeptiere deine Entscheidung. Und jetzt kommt das Schwierige an diesem Plan, nämlich wenn du dich entscheidest, das zu machen, den Kontakt abzubrechen, dann musst du es durchziehen. Du kannst dann nicht ihr nach drei Wochen wieder schreiben mit, hey, wie geht es dir und ihr dadurch zeigen, dass du es dir anders überlegt hast. Nein, denn dadurch wird sie sofort erkennen, dass du immer noch total in sie verliebt bist, dass du viel mehr auf sie stehst und du wirst einfach nur deine Neediness kommunizieren. Das heißt, wenn du das machst, dann musst du es bis zum bitteren Ende durchziehen. Und was ist an dieser Stelle das bittere Ende? Bis sie sich wieder meldet. Jetzt ist natürlich eine Gefahr da, dass sie sich nicht mehr bei dir meldet. Und diese Gefahr, auf die lässt du dich ein, auf die musst du dich einlassen. Denn du darfst dich auf keinen Fall bei ihr melden, wenn du den Kontakt abbrichst. Also, du hast schon festgestellt, alle diese drei Methoden sind radikal. Deswegen wähle mit Bedacht, wann du sie anwendest, welche dieser Methoden du anwendest und ob du sie überhaupt anwendest. Ich möchte dir jetzt noch mal den Hinweis geben, lass einen Daumen nach oben da, und melde dich jetzt für ein kostenloses Strategiegespräch, wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo du nicht genau weiter weißt, wo du die Hilfe von jemandem brauchst, der schon jahrelange Erfahrung hat. Wir helfen dir, weil wir dir erstens wirklich weiterhelfen wollen. Zweitens helfen wir dir, weil wir, weil das die Art und Weise ist, wie wir unsere Premium-Coaching-Klienten gewinnen. Und zwar dadurch, dass Menschen sehen, dass wir ihnen wirklich, wirklich, wirklich weiterhelfen können, entschließen sich viele davon, ein Coaching mit uns zu machen. Das Gespräch ist aber komplett unverbindlich. Wir wollen dir weiterhelfen. Wir wollen dir nichts verkaufen. Wenn du Interesse hast, mehr über das Coaching zu erfahren, erzählen wir dir gerne mehr darüber. Wenn nicht, dann nicht. Also nutze diese Chance, solange sie da ist. Melde dich jetzt, sei schnell. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl. Und du kannst dir auch hier jetzt irgendwo verlinken, das nächste Video, das ich dir in diesem Zusammenhang empfehle, anschauen. Mein Name ist Sebi Heindl. Bis bald. Ciao.